Ich bin 1954 im Krankenhaus Zams geboren und bin in Pajén in der Römerstraße 22 aufgewachsen. Beziehungsweise die ersten zwei Jahre war ich in der Villa Angelika, das Haus meiner Mama eigentlich, wo die Mama aufgewachsen ist. Sie hat sich lediger Krück geschrieben. Der Papa hat selbst das Haus gebaut. Und zwar hat er das Grundstück oder den Keller alleine ausgehoben, quasi nur mit Schaufel, mit Pickel und mit einem Holzschubkorn. Einen Sommer lang das ganze Erdreich quasi noch gesiebt, die Steine wieder als Rollierung verwendet für den Keller und den Rest der Erde dann für den Gemüsegarten verwendet. Dann hat er einen Sommer lang die Ziegel gegossen aus Schlacke, was quasi von den Dampflokomotiven übergeblieben ist. Das hat man holen können in Zams. Und im nächsten Sommer hat er dann mit dem Maurer Höllerriegel, glaube ich, hat er geheißen, das Haus alleine gebaut. Es gab damals natürlich keinen Kran zu mieten und man hat auch nicht das Geld dafür. Auch keine umsonstigen Maschinen, wirklich alles mit Hand gemacht. Und die Familie ist auch immer gewachsen. Ich habe dann sechs Geschwister bekommen und wir sind dann in diesem Haus alle aufgewachsen, hatten eine ganz glückliche Kindheit. Ich kann mich erinnern, wir haben auch gerne gespielt hinter der Schussmauer in Bayern. Also das ist der große Fußballplatz. Und hinter dem Fußballplatz war die sogenannte Schussmauer. Und da war so eine Böschung hin zum Inn. Und da war es besonders gefährlich, wenn Hochwasser war und vor allen Dingen, wenn uns der Ball dann ins Wasser in den Inn gefallen ist. Und da kann ich mich noch erinnern, da ist das wirklich Hochwasser gewesen und der Lederball war natürlich für uns ein und alles. Also das war ein Vermögen, für uns damals ein Lederball zu besitzen. Und da bin ich einfach, ohne zu denken, in das Hochwasser hinein gehüpft, um den Ball eben herauszuholen. Und da hat es mich, weiß Gott, wie weit abgetrieben. Also da habe ich einen Riesenschutzengel gehabt, dass ich das überlebt habe. Aber den Ball konnte ich retten. Und vor allen Dingen auch das Skifahren war das im Winter natürlich und das Rudeln. Und hinter dem Gymnasium war das Bödele, wo wir sehr viel Ski gefahren sind und vor allen Dingen Ski gesprungen. Das Skispringen war das Ein und Alles für uns. Und das Rudeln dann eben beim Professorenhaus, wo es die sogenannten Hubskerler gegeben hat. Und am Wochenende, Samstagsonntag, dann ist man meistens hinaufgegangen auf den Birchenga, wo wirklich ganz tolle Wiesen gewesen sind und teilweise versetzt mit Obstbäumen, wo wir dann eben Ski gefahren sind. Also es gab noch keinen Lift. Es war noch nicht der Lift gebaut am Tieralter-Sesslift, beziehungsweise auch noch nicht eben die Fennet-Bahn. Ich habe sechs Geschwister. Wir sind im aufgewachsen in einem sehr musikalischen Haus. Also der Papa hat Geige gespielt. Er hat das gelernt während seiner Ausbildung als Lehrer. Meine Mama hat Zitter gespielt und sehr gerne und viel gesungen. Und da haben wir dann als Kinder quasi schon anfangen können, Musikinstrumente lernen. Ich habe mit elf, zwölf Jahren Ziermonika anfangen zu lernen. Mein Bruder Gitarre und dann auch die anderen Geschwister auch nochmal Ziermonika oder andere Instrumente. Und zusätzlich ist dann ein Jahr später der Onkel gekommen und hat uns geworben, dass wir eben zur Jungmusik dazugehen. Die Stadtmusikkapelle Landeck hat eine Jungmusikkapelle gegründet und wir waren natürlich gleich Feuer und Flamme, dass wir dann ein Blasinstrument lernen konnten. Mit der Zeit haben wir dann auch sehr viel Hausmusik gemacht und wir haben schon angefangen, so eine Band zu gründen. Zuerst eben mit den Blasinstrumenten. Dann Walter hat angefangen mit einer kleinen Trommel. Dann aus der kleinen Trommel ist dann das Schlagzeug gekommen. Da haben wir schweren Herzens unsere Modelleisenbahn, eine sehr schöne Maclean-Eisenbahn verkauft, um das Geld zu haben, das Schlagzeug zu kaufen. Wir haben dann Verstärkanlagen gekauft und Gesangsanlagen und Elektrogitarre und Bassgitarre und Hemmertogl und haben dann eben mehr und mehr geprobt und für Auftritte in allen möglichen Gasthäusern, wo wir dann gespielt haben. Und so sind wir dann eben als Tebrados vor, haben wir dann musiziert. Wir haben dann vor allen Dingen in Ischgl und in Galtür gespielt, also im Hotel Wirrlohof, dann in Ischgl damals im Hotel Brust in der Taverne. Wir haben auch gespielt einmal beim Zeltfest am Nachmittag in Landeck und bei verschiedenen Bällen in Landeck und Umgebung. Und dann kam eben die Zeit, weil ich ja auch immer in dieser Zeit sehr gerne gezeichnet habe, dass ich mich entscheiden musste, was will ich werden, will ich eventuell auch Lehrer werden wie der Papa. Ich habe mich aber eben sehr für die Kunst interessiert und wollte auf die Kunstakademie gehen. Und dann haben die Eltern doch auf mich eingeredet und eingewirkt und gesagt, ja, ich soll doch zuerst einen, unter Anführungszeichen, anständigen Beruf erlernen, also auch an die pädagogische Akademie gehen und im Anschluss dann darf ich an die Kunstakademie weiter studieren. Und so habe ich es eigentlich auch vielleicht, weil wir mit der Band doch recht Erfolg gehabt haben und habe mir gedacht, ja, dann kann ich noch zwei Jahre weiter bei der Band spielen und habe mich dann entschieden, dass ich an die pädagogische Akademie gehe. Die hat damals nur zwei Jahre gedauert und bin im Anschluss dann nach Wien gegangen, habe dann die Aufnahmsprüfung gleich auf Anhieb auch geschafft und habe dann die nächsten fünf Jahre in Wien zugebracht an der Kunstakademie, was auch eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen ist. Ich habe dann dort einerseits das Lehramt studiert und auch das Diplom gemacht, das heißt, dass ich auch akademischer Grafiker geworden bin. Die erste Ausstellung, die war in der kleinen Galerie, die hat Karotter Robert geleitet, der eigentlich auch beim Museumsverein Landig so ein Gründungsmitglied gewesen ist. Und der hat das so als Kaffeehaus, so ein kleines Kaffee, im Zusammenhang mit einer Galerie hat er das aufgezogen. Das war die erste Einzelausstellung. Die erste Ausstellung, was ich gemacht habe, das war zusammen mit dem Bimpel-Nober und mit dem Schmied Reinhardt. Da wurden wir eingeladen vom Kulturreferat Landig, dass wir im Schloss Landig als Gymnasiumschüler noch ausstellen durften. Und diese Ausstellung war irgendwie schon so ein bisschen ein Start für uns als Künstler auch. Also wir sind dann das erste Mal entsprechend in den Zeitungen besprochen worden. Vor allen Dingen eben die Kritiken über die Ausstellung sind sehr positiv gewesen und das hat schon sehr beflügelt. Also diese Ausstellung war für den Bimpel-Nober, für den Schmied Reinhardt, aber auch für mich schon sehr wichtig. Wie ich auf der Kunstakademie gewesen bin, hat mir der Professor oder uns allen, unseren Studenten, Ausschreibungen gebracht für irgendwelche Biennalen. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich eben ausgewählt wurde, da mitzumachen. Und da ist dann, dadurch, dass ich dann schon bei mehreren Biennalen schon sogar Preisträger auch war, habe ich dann automatisch schon Einladungen bekommen von anderen Biennalen. Und so ist es dann, das Rätchen hat dann angefangen zu laufen und seitdem bin ich vor allen Dingen auch viel in Fernost, also in China war ich mindestens zehnmal, also in Peking achtmal, in Shanghai, in Kunming, in Shenzhen, bei Biennalen, beziehungsweise auch dann bei Preisvergaben drüben, in Japan zweimal und dann in Malaysia, Taiwan, dann vor allen Dingen auch in Amerika, sei es jetzt New York, sei es in San Francisco, in Los Angeles, in Napa Valley, aber auch genauso Montevideo in Südamerika und, wenn man will, Nordafrika in Kairo, wo ich drei, viermal schon ausgestellt habe. Aber natürlich in Europa, in sehr vielen Städten, also ich habe da zwei Büchereien, wo nur Kataloge drinnen sind, wo ich eben ausgestellt habe, also in all diese Kataloge sind Werke von mir abgebildet und eben dokumentiert so. Und das ist, muss ich sagen, mein Lebenstraum gewesen und es ist bis heute. Also ich bin jeden Tag glücklich, wenn ich im Atelier bin. Ich freue mich, wenn so am Tag oder wenn ich am Abend dann wieder schauen kann, was wieder gelungen ist und es ist beflügelt, jedes Bild wieder schon das Nächste zu machen. Und es ist wirklich eine Leidenschaft, es ist eine Sucht, es ist, ja, man kann das nicht beschreiben, man muss das selber machen.